Hallo Leute und willkommen zu meinem zweiten Infovideo, so schnell miteinander, genau 6 Tage später, weil ich jetzt zurück aus dem Urlaub bin Boah, jetzt machen die Vögel gehalten, ähm, genau, äh, wir waren erst eine Woche in der Türkei, all inclusive und so alles, aber das ist ja jetzt schon 3 Wochen her, meine ich, ja, 3 Wochen Und da waren wir jetzt die letzte Woche noch an der Nordsee, da war natürlich die Türkei keinem Vergleich zu, aber es war trotzdem schön Und genau, was ich euch sagen wollte, jetzt kommen ab jedem Tag wieder Videos, ganz normal hoch, zu sehen auch, ähm, auf unserem Uploadplan, der Link werdet ihr jetzt unten eingeblendet Ne, machen wir oben, werdet ihr jetzt oben eingeblendet Und, ähm, ja, insofern sagen wir bis bald und, äh, ihr habt ja schon fleißig abgestimmt in dem letzten Infovideo Und, ähm, es ist besonders auf Call of Duty Black Ops 2 und Cube World, da haben wir auch viele private Nachrichten bekommen Bei Cube World und, ähm, ja, wir werden schauen, also, äh, eins von beiden ist es auf jeden Fall, so viel kann ich sagen Naja, mehr sag ich nicht, auf jeden Fall, wir freuen uns und, ähm, ja, bis dahin, ciao, ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.